Sarah Gin Wollny, die 24-jährige Krankenpflegerin und Mitglied der berühmten Wollny-Familie aus der Reality-TV-Doku Die Wollnys, hat sich in letzter Zeit gefragt, ob sie von ihrer Familie im Stich gelassen fühlt. Während viele ihrer Familienmitglieder Deutschland verlassen haben, ist sie in ihre Heimat geblieben, ihrem Beruf und ihrem Freund Tino Streu. Diese Entscheidung hat sie dazu veranlasst, über ihre Gefühle in Bezug auf die räumliche Trennung von ihrer Familie offen und ehrlich zu sprechen. Im Gegensatz zu ihren Schwestern Silvana, Sara Finner, Estefania, Lavinia und Loredana, die mittlerweile als Influencerinnen ihr Einkommen verdienen, hat Sarah Gin ihren Beruf als Krankenpflegerin beibehalten. Der für sie eine wahre Berufung ist. Diese Verantwortung und Hingabe in ihre Arbeit sind einer der Hauptgründe dafür, dass sie sich entschieden hat, nicht mit ihrer Familie in die Türkei auszuwandern. In einer kürzlichen Fragerunde auf Instagram offenbarte sie ihre Gefühle bezüglich dieser Entscheidung. Als ein Nutzer fragte, ob sie ihre Familie vermisst, antwortete die 24-Jährige aufrichtig. Doch schon? Am Anfang war es tatsächlich sehr, sehr schwer für mich. Man konnte spüren, wie sie von dieser räumlichen Trennung niedergeschlagen war. Mit der Zeit hat sie sich jedoch an die rund 3000 Kilometer Entfernung gewöhnt. Sie erklärte, dass es nicht mehr ganz so schwer sei, obwohl es immer noch Momente gebe, in denen sie ihre Familie besonders stark vermisse. Diese Worte klangen leicht melancholisch, und es war offensichtlich, dass sie trotz ihrer Anpassung an die Distanz ihre Liebsten schmerzlich vermisst. Die Tatsache, dass sie ihre Familie nur selten sieht, betrübt sie. Dennoch betonte Sarah Gin, wie wichtig es für sie ist, dass sich ihre Familienmitglieder in der Türkei glücklich und wohl fühlen. Was die konkreten Zukunftspläne ihrer Mutter Silvia und ihre Geschwister Sarah Finner, Loredana und Co. betrifft, schien Sarah Gin nicht allzu gut informiert zu sein. Die Frage eines Fans, ob sie dauerhaft in der Türkei bleiben würden, antwortete sie ehrwaage und sagte, dass sie glaube, sie würden mal eine Zeit hier und eine Zeit dort sein. Während all diese Herausforderungen findet die 24-Jährige Ablenkung und Erfüllung in ihrem Beruf. Auf Instagram hatte sie zuvor erwähnt, dass sie im Monat über 200 Stunden arbeitet und Schichten von bis zu 14 Stunden keine Seltenheit sind. Für Sarah Gin ist dies jedoch kein Problem. Sie betonte, dass sie die Menschen nicht verstehen könne, die den ganzen Tag im Bett liegen und nichts tun. Für sie ist die Arbeit eine echte Bestrafung, und sie schätzt die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen und produktiv zu sein.